Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie heißt du? Ich bin der Samuel. Und wer bist du? Wer bist du? Fan. Wie groß bist du? 1,67. Wie beweegst du? Wie beweegst du? 56. Zu wenig. Das wird richtig lustig. Ja, wir sind zur Oberösterreich Rümpferter Junior. Mit dabei, wie heißt du? Ich bin der Burgi. Wie groß bist du? Zu klein. Ah ok, schlechte Einfahrt. 2.000 Höhenmeter. Ja, heute erste Etappe. 2.000 Höhenmeter. Ja. Ich bin gekommen. Aber ich platz trotzdem auf. Ich auch. Mal schauen, wer heute im Feld ankommen wird. Von uns glaube ich keiner. Los geht's. 3.000 Höhenmeter. Kommen wir auf. 1.000 Höhenmeter. 3.000 Höhenmeter. 4.000 Höhenmeter. 4.000 Höhenmeter. Und zwar hier mitmischen. So eine Mannschaft, die ihr von der Oberösterreich Rümpferter Elite kennen. Ich erinnere mich auch an den Oskar, beide sind auch Cyclocross-Fahrer und Henry Ullig war achter der Gesamtwertung der Cottbus-Rundfahrt und war 2017, also im letzten Jahr noch dabei bei der Ost-Steiermark-Jugendtour, ist dort gesamt 15er geworden, also diese eine der größten U17-Rundfahrten in Europa. Oskar Ullig, Luis Burkhardt, Benamencina Tore, Finn Harner und Samuel Jacobi, das sind hier die sechs Fahrer, neben mir steht Henry, Henry, du, wenn ich mir die Ergebnisliste schon anschauen, folgendes Jahr Ost-Steiermark-Jugendtour, das heißt ein erstjähriger Junior heuer, ein bisschen schon angeschaut, die Etappe, was da auf euch zukommt? Ja, halt nur im Streckenplan, aber ich glaube heute, die Runde war auch mal beim Welserrenner. Genau, Kirschblütenrenner ist das dabei, nur sind wir nicht im Wels im Ziel, sondern ich mache Tränk. Ja genau, und da waren wir auch mal, deswegen denke ich, da habe ich schon Erfahrung mit der Runde und hoffe es auszuspielen zu können. Unsere Mannschaft freut sich auf die drei Tage hier in Europa, Österreich. Ja, auf jeden Fall. Okay, wünsche ich euch alles Gute und sind auch hier gut aufgestellt, das Team Hermann. Für dich persönlich? Ja, ich schaue mir mal, was geht. Vier, drei, zwei, eins, go! Vier, drei, zwei, eins, go! Vier, drei, eins, go! Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tag 2 ist angebrochen, gestern noch Sturzverletzung gehabt Jetzt nicht mehr Alle von uns sind ins Ziel gekommen Natürlich mit 17 Minuten Rückstand Aber hauptsache angekommen Gerade KB, Rick and Ride From Stage 2 Ohne Tacho Der Burgi ist schon wieder am Heizen Samuel regeneriert gerade Aktiv Am Berg Und Dein Ziel für heute Meins Nicht stürzen und durchkommen Jetzt haben wir hier das Team Hermann Die Herren vom Landesverband Hessen Hermann war ja auch heuer mit dabei Bei der internationalen Oberösterreich Elite rumgefahren Haben sich dort bestens hier verkauft Und dann haben wir ja mit dabei Den Henry Ullig Wo ist der Henry? Hier steht er neben mir Der achte der Gesamtwertung der Cottbus Rundfahrt Und war im letzten Jahr ja noch U17 Fahrer War 15er Der Oststeiermark Jugendor Und hat dort Die erste War dort der Sieger Auf der letzten vierten Etappe Die auch da gar nicht einfach zu fahren war Oskar Ulli Glaub ich war auch gestern da im Sturz dabei Stimmt das? Wie geht's an Oskar? So wäre da alles gut Dann Luis Burkhardt Benjamin Ziner Tore Finn Harner Und Samuel Jacobi Sind hier Die sechs Fahrer Dieser Mannschaft Bestplatzierter Fahrer War da relativ weit vorne Gestern im Finalensprint Des Hauptfeldes Henry Ullig Wie gesagt Erstjähriger Henry Ich glaube sonst Außer dem Sturz Gestern war es ja Also gefährlich War es eigentlich nicht Oder? Ja ich bin halt Aufgestürzt am Anfang Aber Zwar gleich nach dem Start Interessant Das ist ja Diese Stelle Da gibt es fast jedes Jahr Einen Sturz Aber der Autor und Hansfelden Oft schon in der neutralisierten Phase Aber auch Diesmal war es gleich Auch sofort Nach dem offiziellen Start Ja genau Das ist halt blöd Dass es halt erstmal Zwölfgm flach geht Und dann waren alle nach vorne Da es hektisch Und dann sind sie gestürzt Da hätten wir 90 Kilometer Zeit Um sich zu positionieren Oder? Ja ungefähr Heute schon Was habt ihr vorgenommen? Die Runde Ja ähnlich Hätte ich gesagt Vom Profil her Vielleicht nicht ganz so lang Die Anstiege Aber ähnlich wie gestern Das wird sicher nicht leichter Ja ich würde sagen Es wird sogar schwerer Und vorgenommen Haben wir uns glaube ich Erstmal ankommen Okay Und alles gesund bleiben Jawohl So soll es sein Team Jörmann Meine Herren Alles Gute Auch dieser Mannschaft Und dann sind wir dann alle Auch mit Tränen Ein Sieg von Nei Haben Take care Also Wie Big boot